Kurz Ersa ist ein inhabergeführtes weltweit tätiges Familienunternehmen mit Hauptsitz hier im Spessart. Wir beschäftigen weltweit über 1200 Mitarbeiter. Mit der revolutionären und chemiefreien RF-Technologie von Kurz Ersa wird das Verschweißen von Partikel-Schaumstoffen ohne Dampf zur Realität. Anwendungen hierfür sind Fahrtsatenisolierungen oder Fahrradhelme. Unsere Maschinen verschweißen mittels elektromagnetischer Wellen die Partikel von innen nach außen. Damit kann eine perfekte Kernverschweißung mit erheblich reduziertem Energieaufwand realisiert werden. Gleichzeitig kann man durch die RF-Technologie den Recyclinganteil von heute Max 20 auf 100% steigern. Darüber hinaus können nunmehr auch biologisch abbaubare Materialien verarbeitet werden. Mit unserer zukunftsweisenden Technologie werden im Vergleich zum herkömmlichen Verfahren 90% der Energiekosten eingespart.